Ist das Standard-Zeig in der verbesserten Variante auch mit drin? Plusohren sollten quasi dazu, weißt du? Explosion, wo es denn eine Explosion hat? Okay, es gibt also mehr als nur Alpha und Beta und Plusohren. Es gibt wohl Explosion auch alles, oder? Äh... Tja, sieht's ganz so aus. Explosion, krude! Hol, blü... Oh, warte mal. Ich will nicht nochmal einkaufen müssen. Alt-Eisen-Pimmel-Prothese. Hey, Lars, in Tales of Graces, da war es so... Ja, du bist nicht drin. In Tales of Graces war es so, dass wenn du... Das hat ein komplett kompliziertes Spiedesystem gehabt. Aber dafür konnte man seine Waffen halt hochschmieden. Nur so 1, 2, 3, 4, 5 bis 99, gell? Und... Denen hat man, je nachdem wie man es geschmiedet hat, verschiedene Qualitäten geben können, gell? Und da gab es 1,000,000 Qualitäten. Über magisch bis hin zu rar, rostig, roh, gras, scharf. Überleg dir ein Eigenschaftswort und das ist bestimmt nicht anders. Wie sieht das gar nicht? Ah, Lord Schwul. Vielleicht ist... Vielleicht ist Belio's doch keine Frau. Oder gar eine traditionelle Frau, ha? Also 3 durch den Scheißträcker, dann kommt der Champion. Ja. 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 Schau mal, das ist 4 mal der selbe Typ. Ja. Fünf, wenn man die mit Kontinenten dazuzählt. Also da hätte ich aber geschaut, dass ich die nicht alle nebeneinander hieß. Ja. Vielleicht sind's Brüder. Aber die Arena scheint schön aus. Schau mal da hinten, dann übelst die Zornräder. Also ich glaube, wenn du das gut machst, dann sind wir schon ein wenig Unterwiffer. Politischer Aktivist. Man kommt zu einem Standardsoldat. Man kommt zu einem Standardsoldat. Ich bin wie bei Scheibenwelt. Ich bin... keine Ahnung... Wie bei Scheibenwelt. Äh, man nennt mich den politisch inkorrekt... Da wo ich herkomme ist das krass. Welcome to the Crossroad between Heaven and Hell. Alter, das ist so ein Crossroad between Heaven and Hell, Lars. Ich steuere dich auf ganz schön was ein. Oh, du hast mich schon mal was ein. Ich bin mit krasser Wetter anhand, aber den anderen gemacht doch. Ja? Ah, jetzt hier mal den Weißen wieder. Na, nicht einmal. Das ist der nächste Standardsoldat. Ja, da gibt jetzt drei Mal Müll und dann kommt der Champion. Ja, aber Dragon Swarmers sind geil im Weltkrieg. Es schaut doch nur gut aus. Egal, du hast doch alles in der Gegend. Das ist übelst die Bumpe. Ja, das ist ein bisschen Müll, den ich da bekämpfen muss für den Champion. Das lässt dem Champion-Fanet gut aussehen, Junge. Ja, das ist Johann Demarx. Gern wirklich euchs aufbieten gegen die Nase. The exquisite pain of my sword. Das ist ein Schwert für dir gefallen. Das ist ein cooles Muster drauf. Oh nein, der wird bestimmt 3% krasser als die vorherigen. Also bisher hat er mir nur Müll geschickt. FIND! FIND! Der legt jetzt einfach mal los. Da muss ich das super ein bisschen auszuleißen. Alter, der schaut aber wie das Deck ausgestattet hat als die vorherigen, ja? Das ist ja voll die Sieges-Serie. Das ist ja voll die Sieges-Serie. Das ist ja voll die Sieges-Serie. Krass, Alter. Auch direkt in der gleichen Animation. Und guck mal oben links, da ist auch nochmal 3x der gleiche drin. Das sind alles Tricks um Performance zu sparen normalerweise. Wahrscheinlich. Ja, das ist halt kein Triple-A-Game. Und hier zackst du's halt leider. Aber das macht nix. Das ist doch super. Ich sag mal so, das wenige Gold, das da war, ist für die richtigen Sachen ausgemacht. Ja. Ja. Und jetzt gibt wieder so'n Standard-Geg. Was? W-w-what do you mean? It's the heartthrob with the steely gaze! Flynn Shifo! Was der euch Zeit hat, der Typ! Ich dachte, der ist ein Ritter mit am Auftrag. Der ist der evil villain, der versucht, um das Kolosseum zu nehmen. Sehr lustig. Willst du mir erzählen, worüber du sprichst? Ha, also wir werden benutzt. Es scheint so zu sein. Männer des Kolosseums! Lass die Flamen der Valor brillieren! Jetzt bleibt da leider nix anderes übrig, als das umbringst. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ey, heilen im Kampf ist verboten! Du hast die Dark Souls-Regel für Duell-Epocher. Willst du erklären, was du hier machst? Pfff! Das ist eine... Das ist halt nicht Dark Souls, das ist ein japanisches Rollenspiel. So schaut da ein Duell aus. Ha, ha, ha! Ach, vielleicht wird er gar nicht mit Schwert gekämpft. Das ist vielleicht Wrestling? Oder das ist ein Duell mit Wart. Ich hab das drei Gegner lang nicht gewusst und hab angegriffen. Anstatt dass ich meine tragische Kicker erzähle. Alter, das war gut. Alter, der legt da mal anders zu über die vorherigen, ha? Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ich hab das mal gemacht. Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ah, ist das gut! Gut, dass du nur einen Lebensfunk hast. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Jetzt. Ich hab das.